Der kleine Hase Isidor Der kleine Hase Isidor macht sich einen Knick ins Ohr, damit er sicher nicht vergisst, dass in drei Wochen Ostern ist. Isidor, noch jung an Jahren, ist da noch ganz unerfahren. Ach, so gerne würde er ein Osterhase werden, der bunte, schöne Eier legt, doch er weiß nicht, wie das geht. Da beschließt er unerschrocken, sich in einen Stall zu hocken, um den Hühnern zuzuschauen, wie man schöne Nester bauen, Eier darin legt und dann ein Osterhase werden kann. Schon verdreht ein Huhn die Augen, Isidor, er kann's kaum glauben. Hühnerfeder, eins, zwei, drei, legt das Huhn ein Hühnerei. Doch das Ei, es ist nicht bunt, weiß wie Schnee, wie Schnee? Na und, ist mir egal, so ist's schon richtig. Farben sind doch nicht so wichtig, denkt das Häschen aufgeregt. Es zählt nur, dass ich weiss, wie's geht. Denn immerhin, das Osternest ist nicht vom Huhn und das steht fest. Isidor läuft schnell nach Haus und probiert das auch gleich aus. Atmet ein und drückt ganz fest. Und, was liegt denn da im Nest? Ein kleines Ei und dann ganz viel. Es hat geklappt, das war sein Ziel. Die Eier sind nicht groß, nicht bunt. Eher klein, ganz viele und? Duften tun sie auch nicht schlecht, findet das Häschen und freut sich recht. Fleißig sammelt Isidor seine Eier. Kurz bevor steht das Osterfest schnell, schnell, putzt er noch sein Hasenfell. Dann geht's los. Das Fest ist nah. Der Osterhase ist jetzt da. Isidor versteckt die Eier. Pünktlich zu der Osterfeier. Alle Kinder stürmen raus in die Gärten um das Haus. Suchen laut und aufgeregt, was der Hase hat gelegt. Wie jedes Jahr ins Osternest zum großen, bunten Osterfest. Doch die Kinder laufen vorbei an Isidors Nest. Sie sehen kein Ei. Stattdessen finden sie groß und bunt Ostereier. Sie leuchten und alle freuen sich, die Eier zu kriegen. Doch Isidors Eier, sie bleiben liegen. Hm, denkt das Häschen. Da lief ganz gehörig etwas schief. Ich bin wohl noch kein Osterhase. Das sagt mir meine Hasennase. Meine Eier sind nicht bunt, braun wie Erde, klein und rund. Nicht so einfach. Ich muss noch üben, weil die Kinder Farben lieben. Dann springt das Häschen in den Wald und denkt heiter, macht nix. Bald, im nächsten Jahr, versuch ich's wieder. Liege wie das Stallgefieder. Nur viel besser, schöner, bunter, meine Eier, froh und munter. Hätte Isidors doch gefragt einen Osterhasen, der ihm sagt, wie man zaubert bunte Eier für die Osterhasenfeier. So wissen wir halt wieder nicht, ob der Hase, wie er's verspricht, bunte Eier legen kann. Nicht wie er's macht, nicht wo, nicht wann. Doch freuen sich die Kinder jedes Jahr, denn was man glaubt, das ist auch wahr. Frohe Ostern!